Ja, herzlich willkommen, guten Morgen auch von mir in diesem wunderschönen Tag. Wir wollen heute über Petra Kelly sprechen. Petra Kelly ist eine der großen Figuren aus der Gründungszeit der Grünen und eng mit der Geschichte der Grünen Bayern verknüpft. Das muss ich aber sagen, ich bin geboren 1988, bin bei den Grünen beigetreten 2003 und entsprechend wenig habe ich selber miterlebt von Ihrem Wirken. Wir wollen deshalb das heute mit Personen gestalten, diesen Einschub, die mehr darüber sagen können. Und wir wollen beginnen mit Gesa. Gesa Tiedemann, kommst du bitte auf die Bühne. Gesa Tiedemann hat fast seit Gründung der Petra Kelly Stiftung in Bayern diese als Geschäftsführerin geleitet, geführt, entwickelt, zu dem gemacht, was sie heute ist. Und du wirst noch bis Ende des Jahres Geschäftsführerin sein, hast also ein Vierteljahrhundert Geschichte der Petra Kelly Stiftung geprägt. Und deswegen würde ich gerne noch ein paar Fragen an dich stellen, aber erstmal ein großer Willkommensapplaus und ein Applaus für diese Leistung. Ja, auch die Stiftung hat sich ja ganz schön verändert. Vielleicht kannst du kurz den Einblick geben, was tut die Stiftung, aber vor allem, wie hat sie sich in den letzten 25 Jahren denn eigentlich entwickelt? Okay, ich fange mal ganz von Anfang an an. Wir sind ein eingetragener Verein und wir haben den Auftrag, parteinahe politische Bildung in Bayern zu machen. Das heißt, wir kriegen Geld vom Bayerischen Kultusministerium dafür, dass wir Veranstaltungen machen, die grünnah sind. Wir sollen die Themen der Grünen diskutieren, unter die Menschheit bringen, müssen aber dabei eine Distanz halten zur Partei. Wir heißen Petra Kelly Stiftung, weil, naja, wir sind ja in einem permanenten Austausch auch drin, so ist es ja nicht. Wir heißen Petra Kelly Stiftung, weil Petra Kelly gerade ein paar Jahre tot war, als die Petra Kelly Stiftung gegründet wurde. Wir sind nicht die Erben von Petra Kelly. Wir haben auch keine Stiftungsmittel, wie gesagt, wir sind überhaupt keine Stiftung. Es gibt bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin ein eigenes Petra Kelly Archiv. Dort werden alle ihre Unterlagen gelagert. Aber wir haben eine etwas andere Aufgabe. Und was war noch deine Frage, was sich verändert hat? Wie sich die Arbeit verändert hat oder was war die gravierendste Veränderung? Weil vor 25 Jahren war der kleiner Junge als Stiftung. Ich war jünger, klar. Einige von euch kenne ich schon sehr lange. Die Partei war eine andere, die Öffentlichkeit war eine andere, gerade auch die bayerische Öffentlichkeit. Ihr habt ja viele Diskurse angestoßen, wo wir heute vielleicht sagen, ist doch eigentlich schon Standard. Was waren denn die großen Veränderungen in den letzten 25 Jahren? Am Anfang waren wir anderthalb Menschen in einem winzigen Bürozimmer, was gemietet wurde. Inzwischen sind wir fünf Leute und haben ein richtiges Büro. Wir sind deutlich gewachsen und wir sind gewachsen, weil die Grünen gewachsen sind. Weil die Summen, die wir kriegen, mit denen wir arbeiten können, unser Geld hängt davon ab, wie viel Prozent die Grünen haben. Das heißt, wir sind immer sehr daran interessiert, dass die Grünen mehr Prozente kriegen. Persönlich, weil ich auch Mitglied bin, aber auch für die Petra Kelly Stiftung, weil eben wir mehr Geld kriegen, wenn die Grünen mehr Prozente kriegen. Und deshalb sind wir so gewachsen in den letzten 25 Jahren. Würdest du denn sagen, dass sich die inhaltlichen Schwerpunkte verändert haben? Also kann man da eine Linie ziehen, dass man sagt, in den 90ern hattet ihr eher einen Fokus auf und in den 2000ern vielleicht eher da? Also natürlich haben die Themen sich geändert, so wie sich überhaupt in der Gesellschaft die Themen verändert haben. Manche Themen kommen immer mal wieder, wie Atomkraft. Da haben wir mal irgendwann gedacht, so das war es jetzt, jetzt haben wir es gerade wieder. Und manche Themen sind dann neu. Also das liegt immer daran, was auch in der Partei diskutiert wird und in der Gesellschaft diskutiert wird. Ja, eine Frage. Wer bestimmt denn eigentlich eure politische Themenkalender? Also wer setzt diese Themen eigentlich? Also wir haben natürlich Gremien. Wir haben einen Vorstand, eine Mitgliederversammlung, einen Stiftungsrat, mit dem wir die Themen abstimmen. Wir sind im Verbund der Heinrich-Böll-Stiftung. Also die Besonderheit bei den Grünen ist, dass wir 16 Landesstiftungen haben, die alle eigenständig sind. In den anderen großen politischen parteinahen Stiftungen wie, ja Seidel ist eine Ausnahme, aber wie bei Ebert oder bei Adenauer, da sind die in den Ländern immer angestellt der Mutter- und Papa-Partei. Aber wir haben einen Austausch mit den 16 anderen Landesstiftungen und natürlich auch mit der großen Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Und wir haben ja auch einen regelmäßigen Austausch mit der Partei Bündnis 90 Die Grünen, weil wir natürlich auch wollen, dass wir miteinander gucken, welche Themen sind jetzt wichtig, welche Themen bespielt ihr, wie können wir das ergänzen. Ja, wenn euch das noch mehr interessiert, vielleicht schaut ihr einfach mal drauf www.petra-kelly-stiftung.de. Ich finde es immer wieder beeindruckend, was ihr habt von einem bunten Strauß, von zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Dann viele außenpolitische Themen, immer wenn eine große Wahl ist im Ausland. Und das zeichnet ja auch einfach uns Grüne aus, das internationale Denken, das Europadenken. Dann macht ihr Veranstaltungen dazu. Aber natürlich auch, wie transformieren wir unsere Wirtschaft, wie gehen wir mit ab und um. All das deckt ihr ab. Schaut mal gerne rein, meldet euch für die Veranstaltungen an. Es gibt auch ja immer wieder Angebote für Menschen, die in der Politik aktiv sind. Vielleicht sagst du zu denen noch was. Das eine, was sich wirklich sehr verändert hat, ist jetzt durch die Pandemie, das einzig Gute an der Pandemie, dass wir deutlich mehr Veranstaltungen machen. Also man kann bei uns, früher war das so, wenn wir in München eine Veranstaltung gemacht haben zu irgendwas, dann haben die Freunde und Freundinnen aus Passau gesagt, wir kommen jetzt nicht für zwei Stunden nach München. Jetzt kann man sich da einklinken. Und in dem Zusammenhang haben wir auch so eine Reihe, dass wir mit den Auslandsbüros der Heinrich-Böll-Stiftung gerne Veranstaltungen machen zu dem, was passiert. Aber natürlich haben wir auch einen Bereich, der nennt sich Politikmanagement. Und da kann man bei uns lernen oder sich weiterbilden zu allen möglichen Themen, die in diesem großen Bereich zu finden sind. Ja, also dafür auch nochmal mein großer Dank und nochmal die große Empfehlung. Schaut rein. Inhaltliche Themen, aber auch sowas wie Rhetorik oder wie mache ich Kommunalpolitik. Das ist ein wunderbares Angebot und es steht allen Menschen in Bayern offen. Aber ich freue mich ganz besonders, wenn sich ganz viele von euch dazu anmelden. Eine letzte Frage als scheidende Geschäftsführerin. Was ist deine schönste Erinnerung an all die vielen Jahre in der Petra Kelly Stiftung? Also, was wirklich großartig ist an diesem Job, von dem ich ja glaube, dass er der schönste Job ist, den die grüne Familie in Bayern zu vergeben hat. Aber was wirklich toll ist, ist, dass man so unglaublich viele spannende Referentinnen kennenlernt. Natürlich gibt es immer mal den einen oder anderen, wo du dann nach fünf Minuten denkst, boah, meine Fenster zu Hause müssen auch mal geputzt werden. Aber in der Regel ist das nicht. In der Regel ist es so, dass wir wirklich großartige Leute haben, mit denen wir Veranstaltungen machen und ich sehr, sehr viel gelernt habe im Laufe dieser Jahre. Und da gibt es natürlich so ein paar Highlights. Wir hatten vor zwei Jahren zwei Veranstaltungen mit Leo Luca Orlando, dem damaligen Bürgermeister aus Palermo, der wirklich eine großartige Figur ist. Aber auch unsere Bildungsreisen, die wir machen, auf denen ich viel erlebt habe und ganz großartige Leute kennengelernt habe. Es gibt, glaube ich, nicht das Highlight. Was ich noch sagen muss, ist, wir sind ein tolles Team. Also ich mache das jetzt nicht alleine, sondern wir sind ein Team und ich arbeite unglaublich gerne mit diesem Team und möchte mich jetzt an dieser Stelle auch mal bei meinem Team oder bei uns insgesamt dafür bedanken, dass diese tolle Arbeit gemacht wird. Das ist wirklich... Dafür einen Applaus. Und dadurch hat die Arbeit einfach auch immer sehr viel Freude gemacht. Ja, wir als Grüne Bayern bedanken uns für 25 Jahre sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Die eine oder andere Kontroverse, die auch angestoßen wurde von euch durchaus, die wir in der Partei dann viel fundierter, besser diskutieren konnten. Einfach, weil Debatten wichtig sind für unsere Demokratie, aber auch für uns als Partei, dass wir uns programmatisch auch immer weiterentwickeln, auch mal hinterfragen, wo müssen wir vielleicht unsere Position auch schärfen oder nachbessern. Herzlichen Dank für 25 Jahre Petra Kelly Stiftung. Ich habe gehört, ihr habt uns was mitgebracht. Ja, also zum einen, wir haben natürlich einen Stand da draußen. Kommt gerne hin, guckt euch an, was wir an Unterlagen dabei haben. Es wird zum Beispiel jetzt demnächst eine Graphic Novel herausgegeben über Petra Kelly. Sie ist noch nicht da, deshalb haben wir sie noch nicht, aber wir haben immerhin schon mal ein kleines Werbeblatt dafür. Was wir noch haben, weil was macht man am Geburtstag? Einen Kuchen. Also wir haben veganen Kuchen bestellt bei einem Bäcker hier in Landshut und freuen uns, wenn ihr zugreift. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Kuchen dann steht. Am Ende der Halle, hinten. Da hinten. Holt euch gerne ein Stück Kuchen und lasst ihn euch schmecken. Sehr, sehr herzlichen Dank, liebe Gesa. Danke, liebe Petra Kelly Stiftung für 25 Jahre gute Arbeit. Und der Kuchen steht dort hinten. Herzlichen Dank dafür. Ja, dann möchte ich auf die Bühne bitten. Margarete Bause, unsere langjährige Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Grünen Bayern. Und Eva Lettenbauer, unsere heutige Vorsitzende der Grünen Bayern. Denn wir feiern nicht nur 25 Jahre Petra Kelly Stiftung. Es jähren sich in diesem Jahr, wir haben eigentlich sogar drei Jahrestage. Es ist der 30. Todestag von Petra Kelly. Und es ist ihr 75. Geburtstag. Den 75. Geburtstag wollen wir heute feiern. Und aber auch einfach an Sie und ihr Wirken für uns Grüne Bayern und überhaupt für unser Land gedenken. Ich habe vorhin schon gesagt, ich war zu klein, um eigene Erinnerungen zu haben. Und bin froh, dass ich neben Margarete stehen darf, die sie gekannt hat. Die sie hier aus ihrem Wirken in Bayern gekannt hat. Und ich möchte dich fragen, was ist denn deine allererste Erinnerung an Petra Kelly? Also ich habe überlegt, wo ich Petra Kelly zum ersten Mal persönlich und bewusst wahrgenommen habe. Und ich glaube, es war im Bundestagswahlkampf 1983. Die Grünen sind 1983 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen. Und Petra Kelly war Spitzenkandidatin hier in Bayern. Und ich habe sie auf dem Marienplatz erlebt bei einer Kundgebung. Und das ist das, was wir heute sozusagen als Gegenwind vielleicht ab und an verspüren, sozusagen nur ein sanftes Säuseln. Es war wirklich ohrenbetäubende Pfeifkonzerte, ein Gegenwind, eine aggressive Stimmung, auch ihr gegenüber und den Grünen gegenüber natürlich. Und wie sie da stand und geredet hat und standgehalten hat und ausgeteilt hat und Kontra gegeben hat. Und wer das Bild von ihr sieht, man sieht, sie ist einfach eine ganz schmale, zerbrechliche Person gewesen. Aber die hat eine Power gehabt, eine Energie gehabt, eine Stärke gehabt. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und ich glaube, das war auch der Auslöser, dass ich damals gedacht habe, hey, wenn solche starke Frauen bei den Grünen sind, dann bin ich bei den Grünen genau richtig. Applaus Wenn du uns vielleicht nochmal, wir haben ja gestern mal die Hand gehoben, wir können das auch nochmal machen. Wer war denn 1990 schon bei den Grünen? Nicht so viele. In diesem Sinn, vielleicht wenn du uns die Person einfach nochmal näher bringst. Was war sie für eine Person und was ist dir ganz besonders von ihr in Erinnerung geblieben? Also was ich an Petra Kelly so geschätzt habe, war, dass sie, also sie war eine, die von Anfang an international und global gedacht und gehandelt hat. Und sie war eine Europäerin durch und durch, als das Thema Europa auch bei uns noch gar nicht so oben auf der Agenda stand. Und sie war natürlich eine Visionärin, sie war eine Aktivistin, sie war international vernetzt, sie war leidenschaftlich. Das war der Wahnsinn und sie hat ja im Grunde mit ihren eigenen Kräften überhaupt nicht Haus gehalten. Also jemand hat mal über sie gesagt, sie war wie eine Kerze, die von beiden Seiten brennt. Und genau so war es auch. Sie hat sozusagen ihre, also sich reingehängt in eine Sache, ist weit über die eigenen Kräfte hinausgegangen, hat aber auch ganz viele Menschen begeistert mit ihrer Leidenschaft. Und was sie, glaube ich, auch ausgezeichnet hat, dieser, ja, also Bilder zu schaffen, Symbole zu schaffen. Ja, also dass sie zum Beispiel auf dem Roten Platz in Moskau demonstriert hat, dass sie in Ostberlin demonstriert hat. Als viele bei den Grünen, die sich sozusagen aus den, die aus den K-Gruppen kamen, ich sag mal eher die Atomraketen der Vereinigten Staaten kritisiert haben und die sowjetischen irgendwie so ein bisschen unterschlagen haben. Also sie war nie einäugig in ihrem Aktionismus, in ihrem Aktivismus, in ihrer politischen Wahrnehmung. Und das fand ich, hat sie ausgezeichnet, dass sie wirklich immer auf beide Seiten geschaut hat, dass sie sich hat nicht vereinnahmen lassen hat für irgendwelche Interessen, sondern dass sie ein eigenständiger, eigener Kopf war, dass sie auch stur war. Und ich glaube, das musste man auch sein und das muss man heute auch sein. Und das ist, glaube ich, das, was sie ausgezeichnet hat. Gibt es eine ganz besondere Episode mit ihr, die du gerne teilen möchtest mit uns? Ja, es gibt tatsächlich eine Episode, die aber jetzt nicht nur auf einer persönlichen Begegnung mit ihr beruht, sondern eigentlich erst einige Jahre danach. Ich war mit der Delegationsreise im Bassengland, in Guernica und manche kennen das Bild von Picasso-Guernica, aber es bezieht sich natürlich auf einen Bombenangriff auf diese Stadt im Jahr 1937, wo die deutsche Legion Condor, also Hitler-Deutschland, zur Unterstützung des Franco-Regimes einen Luftangriff geflogen hat und hunderte oder tausende Menschen Opfer wurden dieses Luftangriffs in Guernica. Und in Guernica gibt es heute ein Friedensmuseum und ich habe mir dieses Friedensmuseum angeguckt und ich dachte, Wahnsinn, da war ein Foto, ein kleines Foto und da war Petra Kelly drauf und Gerd Bastian mit Vertreterinnen und Vertretern der Spanischen Friedensbewegung. Und dieses Foto war von 1987 und sie war die erste Deutsche, die in Guernica sich zur deutschen Schuld bekannt hat und um Verzeihung gebeten hat für diesen Angriffskrieg, für diesen Angriff. Erst zehn Jahre später hat Roman Herzog sich in Deutschlands Namen dafür entschuldigt und Petra Kelly hat schon zehn Jahre davor deutlich gemacht, welche Verantwortung und welche Schuld Hitler-Deutschland für dieses Massaker dort trägt, für diesen Luftangriff trägt. Und dann habe ich gemerkt, Petra Kelly war immer ihrer Zeit voraus und ich war total stolz in dieser Delegation, die auch aus Mitgliedern anderer Parteien waren, Fraktionen war, dass sozusagen ich bei den Grünen bin und dass ich sozusagen in der Tradition von Petra Kelly mich auch fühlen darf. Das ist sehr beeindruckend, da muss ich sagen, das macht auch mich stolz, dass unsere grünen ersten Frauen in dieser Partei so krass vor ihrer Zeit waren und diese Themen vorangetrieben haben. Auch spannend, Roman Herzog, du sagst es gerade, heute sind wir in Landshut, er ist ja Landshuter, wie wir gehört haben, da schließt sich der Kreis. Liebe Eva, wir haben gehört, was Margarete inspiriert hat an der Person Petra Kelly. Sag doch mal, dir geht es ja wie mir, wir sind ein bisschen zu spät geboren. Was inspiriert dich oder wie hat sie dich vielleicht inspiriert in deinem politischen Wirken? Ich bin 2011 zu uns Grünen gekommen. Damals waren ja zum Glück große Demonstrationen nach dem Atomunglück in Fukushima. Auch bei mir im Landkreis Donau-Ries gab es sogar einige, wenn auch kleine Demos. Ich habe mich da zum ersten Mal mit Grünen unterhalten, bin zu den Grünen gekommen und ich muss sagen, ich nehme Dinge immer relativ genau. Ich habe mich dann natürlich erst mal informiert, bevor ich der Partei beigetreten bin und bin damals auch auf Petra Kelly gestoßen als eine der Atomkraftgegner-Ikonen, die unsere Partei zu bieten hat. Und ich muss sagen, sie hat mich damals schon beeindruckt. Ich wusste natürlich absolut nicht, dass ich irgendwann auch mal im Petra Kelly Stiftungsbeirat sitze oder ähnliches. Aber 2011, da erinnere ich mich gut dran, ich habe mich genau mit den Grünen auseinandergesetzt, mich sehr bewusst entschieden, genau dieser Partei beizutreten, die eben nicht nur in den Atomkraftfragen sehr deutlich ist, ganz deutlich anmahnt, dass diese Art Energie zu gewinnen viel zu gefährlich ist, brandgefährlich und gaue verursacht, sondern mich hat bei ihr auch sehr, sehr, sehr beeindruckt, dass sie eben eine klare Feministin ist und dass sie es schafft, als Frau ganz ruhig und bedacht aufzutreten, aber trotzdem so auf den Punkt. Also ich denke, das beschäftigt einige von uns immer mal wieder. Wir Frauen müssen nicht laut und riesengroß und schreiend sein. Wir können auch ruhig und deutlich, aber mit umso mehr Karacho unsere Positionen vertreten. Und das, finde ich, strahlt Petra Kelly aus. Stichwort, du hast es gerade gesagt, du bist ja auch Mitglied der Mitgliederversammlung der Petra Kelly Stiftung. Was ist denn dein Blick auf die Stiftung? Was zeichnet die aus? Ich bin regelmäßig beeindruckt, wie vielfältig das Programm ist, das die Petra Kelly Stiftung heute inzwischen auf die Beine stellt. Wir diskutieren eben regelmäßig in der Mitgliederversammlung der Petra Kelly Stiftung, was die Themen sind, die gerade dringend diskutiert werden müssen. Und die Petra Kelly Stiftung hat da wirklich ein ganz breites Potpourri. Du hast vorhin ja auch einiges schon angesprochen. Ich finde, die Blicke auf die Menschenrechtslage in der ganzen Welt, die unsere Bayerische Stiftung hier wirft, die sind wirklich exzellent. Es gibt ganz, ganz viele hochgradig besetzte Podien, Diskussionen, in denen die Menschenrechtslage in der ganzen Welt beleuchtet wird. Viele kennen es vielleicht. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann könnt ihr euch merken, einmal im Jahr zur Sicherheitskonferenz in München findet auch eine unglaublich wichtige alternative Konferenz statt, die nochmal ganz andere Blicke auf Sicherheit wirft, die feministische Außenpolitik auch schon weit vor den aktuellen Debatten immer in den Mittelpunkt gerückt hat. 2014, 2015 waren auch da feministische Außenpolitik und anderes schon Thema. Und nicht zu vergessen, wird aber immer auch an den ökologischen Fragen gearbeitet. Also wir haben uns schon sehr, sehr intensiv mit Klimaschutz, mit vielen weiteren Fragen auseinandergesetzt. Und du hast es auch angesprochen, aber ich möchte es betonen, für jede und jeden hier im Raum ist immer auch Handwerkszeug dabei, um in der Gremienarbeit, in der Kommunalpolitik sich weiter fit zu machen. All die Politikmanagement-Seminare, die sind mir wichtig und sind auch allen Mitgliedern der Petra Kelly Stiftungsmitgliederversammlung sehr, sehr wichtig. Und die wurden richtig, richtig ausgebaut und professionalisiert. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe gerade aufgemerkt, als du gesagt hast, Atomkraftgegnerinnen-Ikone. Ich habe auf meinem Zettel nämlich Friedensikone draufstehen. Und deswegen jetzt noch mal zur Deutung von Petra Kelly noch mal zurück. Friedensikone, Atomkraftgegnerinnen-Ikone, Frauenrechtlerin. Was war sie denn für dich am meisten? Also tatsächlich war sie für mich am meisten zum einen Feministin und zum anderen aber Menschenrechtsaktivistin. Also Petra Kelly hat das Thema Menschenrechtsverletzungen in China, das ich ja in den letzten Jahren sehr intensiv bearbeitet habe, als erste im Deutschen Bundestag in den 80er Jahren angesprochen. Sie hat das Thema Tibet, die Unterdrückung der Tibeterinnen und Tibeter im Bundestag angesprochen, den Dalai Lama eingeladen, als allererste. Sie hat die Unterdrückung der Indigenen angesprochen. Sie hat die Opfer des Uranabbaus in Australien besucht. Also all diese Themen, die wirklich genuine Menschenrechtsthemen sind, die hat Petra Kelly auf die politische Tagesordnung gesetzt, als noch kaum jemand sich darum gekümmert hat. Und deswegen finde ich, also das hat so viel Mut auch bedeutet, aber hat auch ganz viel Mut gemacht. Und dass sie eben wirklich auf beiden Seiten damals des Eisernen Vorhangs aktiv war. Und die Aktivistin, Friedensaktivistinnen und Aktivisten in den osteuropäischen Ländern, in Russland unterstützt hat, genauso wie hier. Das hat sie für mich ausgemacht. Das ist etwas, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich sozusagen auch in ihrer Folge Politik machen durfte. Ich denke, wir haben sehr schön von dir jetzt herausgearbeitet bekommen, was wir noch heute von ihrem Wirken, von ihrer Art, Politik zu machen, lernen können. Wirklich beeindruckend. Und vielleicht alle zusammen, in dem Jahr wird noch viel Berichterstattung kommen, wenn es dann auch wirklich zum 75. Geburtstag kommt, in einigen Wochen im Fernsehen und so weiter uns noch mal zu vertiefen mit dieser wichtigen Person aus unserer Parteigeschichte. Eine letzte Frage, liebe Eva. Wenn du mit Petra im Wahlkampf 2023 sie noch mal einladen könntest, was würdest du an dem Tag mit ihr machen? Was würdest du ihr gerne in Bayern zeigen und warum? Ja, eine sehr schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, für Petra Kelly war es ja immer ganz, ganz wichtig, eine neue Partei auch zu gründen, die Gleichberechtigung lebt, die ganz klar zeigt, dass Frauen die Hälfte der Macht innerhalb der Partei erhalten sollen. Und deswegen würde ich ihr ganz gern zeigen, dass wir inzwischen nicht mehr nur darüber sprechen, als Partei gleichberechtigt zu leben. Das setzen wir Spitze um, sondern dass sich hier in Bayern auch schon eine richtig große Bewegung auf den Weg macht, um die Politik im Allgemeinen, nicht nur die eigene Partei, sondern die ganze Politik gleichberechtigt zu machen. Es gibt in unglaublich vielen Landkreisen, zum Beispiel gern auch bei mir in Nordschwaben, Bewegungen und Verbünde für Politik, die alle machen sollen. Und deswegen würde ich Sie gern einladen zum Bündnis für Parität in Bayern. Da denke ich, würde Sie sich sehr, sehr freuen zu sehen, dass inzwischen überparteilich Frauen sich zusammenstießen, dass es keine einzelne Partei mehr braucht wie uns, die das nach vorne stellen, sondern dass wir da inzwischen uns unterhaken und dranbleiben, damit Politik eben wirklich von Frauen für Frauen gemacht wird. Da denke ich, würde Sie hoffentlich leuchtende Augen bekommen. Sehr schön. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Sie heute unter uns hätten. Mich würde auch interessieren, wie ein Podium zum Beispiel ausschauen würde mit Toni Hofreiter und Petra Kelly über Waffenlieferungen an die Ukraine, wie wir die Ukraine unterstützen. Das wäre eine spannende Frage für uns. Aber so ist es nicht. Wir werden uns trotzdem von und in jedem Fall von Petra Kelly inspirieren lassen. Und damit heute bei diesem Tagesordnungspunkt nicht ein Mann das letzte Wort hat, übergebe ich das gerne Margarete. Ja, also ich finde, was wir auch von Petra Kelly lernen sollten oder was sozusagen für uns auch ganz wichtig ist, dass wir unseren Pionierinnen und Pionieren in unserer Parteigeschichte mehr Wertschätzung entgegenbringen. Ich fand es ganz toll, wie gestern Dieter Gewiss von Ludwig Hartmann erwähnt wurde, der vor vielen Jahren im Grunde die ersten Schneisen geschlagen hat und gezeigt hat, was es bedeutet, grüne Politik umzusetzen. Und genau so wichtig war Petra Kelly für uns als Grüne, für unsere Parteigeschichte. Ich finde, sie ist eine der großen Frauen des 20. Jahrhunderts und oftmals gerät es bei uns in Vergessenheit. Und ich glaube, wir sind nur deswegen so stark, weil wir so starke Pionierinnen und Pioniere in der grünen Partei hatten und wir können stolz auf diese Leute sein. Herzlichen Dank. Danke. 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 Danke.